Oh Gott! 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 Maxi Maxi! Geh weg 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 weg! Stan! Lass mich durch! Nein 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 nein! Ich lass nicht sowas von durch! Durch die Tür man! Fortnite! Mit Maxi Fall! Noki am Start! Ja! Die anderen werden schon gar nicht mehr erwähnt! Ja! Elmi und Lache wenn sie... Was war das für schön? Was war das für schön? Wieso bist du wieder in der Zuschauer-Modus? Könnt ihr ein Game neu starten? Hä? Nee! Ich bin zu spät rangegangen! Ihr habt schon unter mich gestartet! Ihr Dobis! Ihr Dobis! Ihr Dobis! Ihr Dobis! Er hat uns beleidigt! Ich hab's auf Band! Maxi Fall ist gar nicht so lieb und nett wie er tut! Exposed! Die Zerstörung! Maxi Fall exposed! Auf der Creative Map! So! Seid ihr alle bereit? Jetzt kann ich starten! Vorne die IO am Start! So! Und der Boden geht kaputt wenn man drüber läuft! Ja! Der geht kaputt! Boah! Aber die Verzögerung ist ja mal extrem! Keine Chance! Oh oh! Oh oh oh! Okay! Das könnte lustig werden! Warum stippst du nicht? Oh man! Oh man! Oh man! Okay! 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 Die Verzögerung ist übel! Nein! RIP! Ich bin down! Ah! Okay! Zweite Schicht! Nein! Ja! Nein! Sprung! Ich bin noch auf der ersten Schicht! Mama! Ich bin tot! Mama! Es gibt noch die Schicht! Die Mama von Maxi Fall! Komm zurück! Du bist eine Lady! Hast du auch ein schönes Bett? Mama! Was mach ich denn auch? Oh! Ich hab überlebt! Okay! Ah! So nicht! Leben gibt es! No! Ich glaube drei Leas gibt es! Ah! Ich bin auch unten! Okay! Ich glaube das ist die letzte Lea! Das ist die letzte Lea! Okay! Okay! Nuki! Ah! Schade dass es verzögert! Ohne Verzögerung könnte das noch cooler werden finde ich! Ach! Das sind Power-Ups die man hier sammeln kann! Nein! Nein! Genau da! Hört das Power-Up auf! Was ist das? Nein! Es hat geholfen! Oh oh! Okay! Wer ist jetzt noch über? Ja! Maxi gewinnt mal wieder! Ja! Okay! 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 Da sieht man die Zeit einmal überleben! Ey! Ich spring grad über ne Lücke und dann hört mein Power-Up auf! Verstehe! Verstehe! Ich hab das in Minecraft so oft gemacht! Warum verkacke ich jetzt? Ja ne! Das hat man auch bei Minecraft immer viel gespielt! Ich hab Minecraft nie gespielt! Doch haste! Echt? Lüge! Ja! Außer Abenteuerdings! Ja! Ja! Hardcore-Modus hast du jetzt zwei Folgen gemacht! Ich bin tot! Und das sei grad so lustig! Willst du mich einkästen oder was? Nein! Okay! Das ist vor meinem Auge verschwunden! Lache! Geh weg, Mann! Nein! Ich bin auch schon dritte Ebene ey! Was ist die Pyramide für ein Power-Up? Spüre meinen kalten Fisch! Spüre meinen kalten Fisch, du Fisch! Da ist Maxi! Leute glaubt nicht auf mich zu! Geht weg! Ich geh weg von euch! Okay! Ich hab keine Ahnung was die Kugel macht! So Maxi! Viel Spaß da! Nein! Das ist mein Tod! Nooo! Sehr gut! Ja Maxi! Eingekesselt in Fortnite.io! Wow! Wo kommst du her? Yeah! Jaaa! Winner Winner! Chicken Dinner! Lache ist ja ziemlich schnell gestorben! Was war das denn? 55 Sekunden nur! Ich hab mich selber gesetzt jetzt! Ja, er kann nicht bauen! Er kann nicht bauen! Man kann hier nicht mehr bauen, ne? Schon verkackt hier! Fisch! Okay! Du geh weg! Ich spür meinen kalten Fisch! Lulululu! Lululu! Lululu! Nein! Mann, ich hasse dich Nookie! Nein, du hast ohne gefallen! Hä? Nein! Das kann gar nicht sein! Ich hab's gesehen und es sah traurig aus Jetzt bist du unten auf dem Boden, du kleine Maus Oh, Maxify singt, sehr schön Wir haben Gesangseinlagen, wir haben mal ein bisschen Party-Modus Was mache ich? Warum? Hilfe Ich bin zu reisen Also ich bin immer noch auf der ersten Schicht Ich weiß ja nicht, was dir fangt Ich bin auf der letzten Was soll das? War ich das? Du hast alles abgebaut Nein, geh weg, oh, das wird nichts Nein, Mann, verdammt Oh nein Was für Geier, ey Es gibt die Pyramide Was ist das für ein Effekt? Geier, ich kann hochspringen Super Nein Wie lange hält der an? Ah Der hat Nuki mir den Weg abgeschnitten Ich bin am Arsch Maxi ist am Arsch Ey, ich bin tot Oh Mann, oh Mann Ja Hast du gewonnen? Ja, du hast gewonnen Ja, wie Oh, der gefällt mir der Modus Der macht Laune Endlich mal kein Boxfight oder sowas Ich glaub, ich hab gewonnen Ah, stimmt Drei Runden Ich bin der Beste Oh, ich bin dritter Ja, zweiter Erfolgserlebnis Das geht schnell durch Komm nochmal Wie bewertet ihr die Map? Ich würde dir eine 8 von 10 geben Würde ich sagen Ist kreativ Da man nicht bauen kann Würde ich sagen 2 von 10 Ja, na klar Ich meine, bei Fortnite geht's um Bauen Geh weg, Kommissar Spür meinen kalten Trash Hier hast du deinen Bauen Aber guck mal, Maxi Du kannst abbauen, indem du drüberläufst Das ist doch was Spür meinen kalten Trash Spür meinen kalten Trash Was wird das hier? Warum geht ihr auf mich? Warum blockierst du mich? Stopp Stopp Nein Ah, nein, nein, nein Schade Hallo, Lacher Hi Mein Gott, ich bin so gut Er ist hinter mir Nein Oh, Sacki Okay, der Enterhaken macht die Sache noch echt kompliziert Nein Ich wollte Nuki ziehen Ach nein, du bist schon runtergefallen Ja, ich wollte Nuki ranziehen Ich war ein bisschen cocky Ja Andere Spieler zu jagen Kostet nur dein eigener Tod Oh, Emma-Chan Ich schaff schon Okay, Emma-Chan hat noch viel Space Nuki hat noch wenig Wo ist denn Maxi? Maxi Ich glaube, es war ein Fehler hier Nee, du hast noch ein bisschen Space Oh, das war gut Das war gut Nein, ich fliege zu weit Oh, oh, oh Warst du auf der zweiten leer, oder was? Ja, war ich Ich war auf der zweiten die ganze Zeit Wo ist denn Lacher? Der ist so ruhig geworden Der ist so Nein, nein, nein Ah Der war auch auf der zweiten Der war auch noch auf der zweiten Oh, ich hatte so schön viel Platz Ey, Alter, habt ihr lange Zeit inzwischen Der hat mich mit der Schockweb in den Tod geschossen Let's go Party-Modus Mach mal ein bisschen Super Mario-Musik Oh, Gott Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nein, nein, nein Maxi, Maxi, weg, 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 weg Stan, lass mich durch Nein, nein, nein Ich lass nicht sowas von durch Durch die Tür, Mann Oh Nein, Maxi, okay, okay, okay Aber wir müssen runter Oh, oh, Lacher Haua, Pasuchis Lacher Ey, hoffe ich zu blocken, ey Ey, was machst du? Wie alle inzwischen auf der Ah, nein, nein, nein Ich bin schon auf der dritten Leer Ah, da seid ihr alle, ja Da seid ihr alle Und da ist Nuki Okay Nein 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 Mann Mann, ey Nuki hat für uns alles vorbereitet Ey, wie alle so schnell aufgestorben sind Okay, jetzt habt ihr aber mega viel Platz Ja, hintereinander direkt Oh, ist ein netter Safe No Der weggeht in der Luft, weg Ich hasse es nicht Okay Aber wie inzwischen alle gut geworden sind, ne Die ganze Zeit die Leers ausnutzen All right, let's go So, Eme-chan, mal schön abschneiden hier Ich dachte nicht Danke für die Zögerung Ja Ich hoffe, hier habe ich noch Maxi fallen Oh, geschafft Können die beide für mich laufen? Spür meinen kalten Fisch Oh, oh Sackgasse Sackgasse Oh, oh, oh Nein Oh, nee Oh, nee Oh, nee Schaffst du den Sprung? Ja, schafft man Ja Oh, wei, oh, wei, oh, wei Ab zu Nuki Ab zu Nuki Nein, 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 nein Du wirkst uns hier nicht ab Nein Nein, 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 Nuki Nuki Okay Ah, erste Leer Lange ausgehalten Okay, okay, okay Nein, mein Power-up Gotcha Oh, oh Ja Nuki, wo kommst du denn? Äh, vertreten Bei Sliver I.O. ist es immer schön safe machen Nein Was? Oh, ich habe es verkalkuliert Jetzt bin ich schon in der dritten Ja, ich auch schon wieder Oh, willst du hier einfach Platz haben, oder was? Nein, Kammer Kammer, Schelle Die osmanische Bergziegen, Schelle Danke, Nuki Oh, Mann Lali 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 Ist du auch irgendwer in der zweiten, oder bin ich alleine in der zweiten? Bist du alleine in der zweiten? Bin ich alleine Du hast schön viel Platz Okay, das ist jetzt Ripsand, Ripsand, Ripsand Nein Nuki auch Maxifa überlebt ganz oben Okay, Lachen, du musst das jetzt ausnutzen Ah, das ist jetzt wirklich Jetzt Endgame Leute World Cup Fortnite.io World Cup Ist am Start hier Oh, da habt ihr jetzt beiden noch Mega Oh 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 Dein Feld hat ihn gesaved Boy Mega nice Ich gebe den 8 von 10 Maxify gibt den 10 von 10 Hat er gesagt Weil man hier viel abbauen kann Da man nicht bauen kann, würde ich sagen 10 von 10 Maxify Lieblingsmap Ich habe schon den Titel Haut den Abo-Button dran Glocke Ihr findet den Titel Maxify Schaut bei ihm vorbei Natürlich Das sweeteste Boy auf YouTube Und hier habe ich eine Flosse Wow Flop Flop